Dem Straßenverlaufen sechs Kilometer voll Noch einen Platz zu überlegen, wo man die beiden verabschieden, ne? Ja, aber kommen sie so fast dann hoch, berg vorbei, dass sie da einmal nur noch links hoch müssen und dann von hier kommen? Sie kommen nicht bei ihnen vorbei, sie kommen von der anderen Seite. Die Idee wäre da bei Hohenteng an dem Parkplatz beim Grenzübergang. Oder? Das wäre doch ganz günstig, oder nicht? Ja, ich glaube ich denke. Ja, das ist ein Verdauerei auch. Ja, das ist ein Verdauerei. Ja, das ist ein Verdauerei. Ja, das ist ein Verdauerei. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020